Internationales Freundschaftsspiel, das Spiel, bei dem es ums Nix ging. Ägypten gegen Guinea, 3-1 Ägypten, 1-0 Ägypten gefallen, 1-1 in der 63. Also von der 11. Minute 1-0 bis zur 63. 1-1, dann der 77. 2-1 und dann der 86. 3-1. Glückwunsch an Ägypten, statistisch gesehen 61% Ballbesitz Ägypten, Guinea 39. 30. Schüsse 17, Ägypten, 11-Guinea, 11 aufs Tor von Ägypten und 3 von Guinea. Also Ägypten hat eine extrem klasse Schuss-Torschussquote. Einfach so viele Schüsse in Richtung Tor gehen, davon noch ganz viele aufs Tor, das ist krass, finde ich. Respekt meinerseits an Ägypten, habt ihr euch wirklich verdient den Sieg. Glückwunsch.